Bei uns stand heute nur einmal Training am Programm und zwar war das gleich am Vormittag. Da haben wir heute aber im Vergleich zu den letzten Tagen auch eine etwas kürzere Einheit gehabt, weil wir natürlich jetzt schon einiges trainiert haben und am Nachmittag haben wir dann frei bekommen. Da hat jeder Adress machen können, worauf er Lust hatte. Ich persönlich war zum Beispiel im Schwimmbad, habe ein bisschen gelernt und habe den Rest der Zeit im Zimmer verbracht. Heute steht eigentlich dann auch noch eine gemeinschaftliche Besprechung am Programm. Das heißt, es wird wahrscheinlich taktische Schwerpunkte haben und danach kann wir eigentlich ja jetzt schon langsam ins Bett gehen, damit wir wieder für morgen frisch sind.